Ja gut, also das Thema Toping war auch im Fußball ein Thema, hundertprozentig, obwohl es heute keiner zugibt. Ich glaube, es war zu der Zeit, ich weiß gar nicht, bei uns wurden dann 1985, 1986, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden Topingkontrollen eingeführt, sodass das dann kein Thema war. Was man aber sagen muss, dass Toping im Fußball eigentlich auch nichts brachte. Man konnte das sicherlich verwenden in der Leichtathletik oder im Schwimmen. Oder es gab viele Sportarten, wo es eben nur geradeaus ging oder wo es nur drin ging, in die 100 Meter zu schwimmen. Dann Leistungsförderung in der Mitte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da hilft. Aber beim Fußball brachte es einfach nichts, weil ganz andere Dinge gefordert waren, die dem Toping die großen Vorteile nicht brachten.